Jo, meine lieben Freunde, was geht ab? Ich bin euer SleeveLP und willkommen zu der, was ist das jetzt schon? Die vierte Folge vom Hardcore Projekt mit... Axis46 Oder alias DLP, ne? Mhm. So. Äh... Wollten unterwegs sein, ne? Wollten... Ja, genau, wir wollten uns auch hier noch... Alter! Ja, ich hab ein neues... Ich hab jetzt ein Tescher-Pack und hier ist ein weißer Creeper bei mir. Und... Du hast ein Tescher-Pack? Ich hab mir Specs geholt. Was? Oh, der Creeper ist einfach weiß. Abstauber. Ich hab... Ich hab... Oh, hier ist ein Creeper nochmal. Ja. Och ne, das... Der Creeper lag ordentlich. Sonst ein Schild. Bei mir bleibt der Creeper einfach in der Luft strecken. Ja, wir haben auch ne scheiß Zeit jetzt. Dafür. Ich treff den gar nicht. Aber dafür krieg ich halt keinen Schaden, das ist cool. Den kriegst du immer... Wenn die so am rumlenken sind, dann krieg ich keinen Schaden von denen. Ich hab nen Bogen. Nice. Der noch ne Hälfte abgekettet hat. Du bist raus? Ah. Ich bin einmal nur rausge... Hä, lol. Du kommst hier rein? Und es sieht so aus, als wär's Tag. Mist, ich hab kein Essen. Äh... Ich auch nicht. Ich hab nur drei Süßbeeren. Äh... Ich hab heute gar nichts zu essen und ich werd eingegriffen, ey. Ja, lass uns mal wieder in die andere Richtung gehen. Eigentlich müssen wir warten, bis Tag ist eigentlich. Ja, aber es ist gerade nass geworden. Also... Ah, hallo Zombie. Ah, hallo Zombie. Ja gut, das ist natürlich blöd, ne? Hm. Ich hab auch so das Gefühl, hier laufen weniger äh... Tiere rum in den Videomen. Wo bist du jetzt hingelaufen? Äh... Mach mal ne Fackel. Dann seh ich dich vielleicht irgendwo. Ich bin hier oben irgendwo, auch wo Creeper und so sind. Nein, 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 nein. Hier sind Skelett. Hier sind zwei. Ich geh wieder in die Höhle. So lange. Na, ich kann lange nicht mehr ran. Ey, komm erst mal wieder in die Höhle. Weißt du, wo die ist? Ach, noch einer hier. Weißt du noch, wo die Höhle ist? Das war ja in der Nähe vom Wasser. Ja. Aber ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Okay. Achtung, hinter dir sind zwei Summys, aber die gehen ja noch. Das ist Chewbacca, Digga. Der sieht aus wie Chewbacca. Das Problem ist, wir dürfen auch nicht so viel Schaden bekommen, weil wir halt... Haben wir Pfeile? Ne, äh, ich mein... Knochen? Hast du Knochen? Ja, ich hab ein, bei einem. Auch nur einen? Hm. Scheiße. Das reicht noch nicht mal für was. Hier ist wieder ein weißer Creeper. Hier sind Beeren. Nein. Hier sind Beeren. Uah, Creeper! Pass auf, da auch! Uah! Alter! Was geht denn hier? Ja, lass ihn mal kredieren. Oh, Digga! Oh, hier ist ein Schwein! Super. Und Beeren mitnehmen, Beeren, 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 Beeren mitnehmen. Auf jeden Fall Beeren mitnehmen. Die bringen zwar nicht so viel, aber die bringen irgendwas. Okay, ich hab 19 Beeren jetzt. Geh doch mal rauf, du Scheißzombie! Mit 10 Hits, ey! Gegen Eisenschwerde! Das ist so ätzend! Auf jeden Fall. Hier ist noch ein... Hier ist noch wieder ein Zombie. Jetzt nur müssen wir verrottetes Fleisch essen oder so. Ja. Hier ist noch ein Häschen, aber ich glaub das krieg ich nicht. Ne. Da ist ne Spinne. Hier sind noch mehr Beeren. Okay, der hat mir nichts gebracht. Alter, hier ist ne Schlucht. Digga, die geht richtig tief nach unten. Ich bin am Wasser, ne? Falls du mich suchst. Schau mal hier, Alter. Ja. Hier geht er mal komplett runter. Oh, hier liegt noch Zuckerro. Und da sind auch wieder Mobs ohne Ende, ey. So. Scheiße, der Skelle ist da oben. Der krieg ich mich schon an. Geh doch rauf, du scheiß Fisch. Äh... Warte mal. Pass auf, ne Spinne, ne? Oh. Zur Not blocken, ne? Ja, ja. Bloß mir ist einmal wichtig, dass ich Essen hab. Äh... Ich regeneriere hier gar kein Leben. Ja, ich erinnere mich grad auch nur von... Irgendwie von Beeren. Ja, ich möchte ganz einfach verroten, das Fly. Los. Ich hab nur drei Rottenflash, deswegen... Ich muss mal ne... Mal was wegschmeißen und so. Zack, zack. Ich nehm mir noch drei, äh... noch einer, dann haben wir... jeder drei. Ja, ich hab noch 18 Beeren, deswegen. Könnte man das Reintirbrett erschaffen? Nimm du erstmal das ganze Fleisch. Okay. Okay, ob das da komplett unten ist, das ist natürlich die Frage. Kannst du kurz auf mich aufpassen? Äh... ja. Ja. Gut. Oh, es wird durch... Dritte sind wir im Tag. Ja. Ja, okay, was ist unser Plan heute? Unser... Ah, geil. Switch halt aus dem Spiel raus, mein Freund. Ja, unser Plan ist es heute... wieder... wieder ein paar Sachen zu bauen. Mal ein paar Sachen wieder zu machen. Ein paar Sachen wieder zu machen. Bisschen zu fahren. Am besten eigentlich was zu essen. Aber... wir wissen noch nicht, was wir machen. Äh... Weil hier ja doch schon... sehr viele Mobs rumlaufen. So, ich bin wieder da. Ja. Das Fleisch habe ich dir zugeschickt. Äh... gegeben. Ich hau jetzt ab. Tschüss. Sind das deine Items, die du hier hingestellt hast? Ja. Im Wasser? Achso. Oh, du Scheiße. Oh, das ist das. Das wird... Traust dich? Ach, das wird zu riskant. Ich habe halt so eine schlechte Trefferquote dazu. Das schaffst du. Das... so schwer ist das nicht. Nee, ich würde es... ich würde es nicht machen. Einfach nur, weil ich nicht sterben möchte. Ich bin auch nicht gestorben, also schaffst du das auch? Ja, aber... ich... bleib lieber... safe. Ach Gott. Warte doch. Warte, 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 warte. Ich habe natürlich auch nichts mehr hier. Ich habe noch nicht... ich habe nicht mal mehr Holz, Alter. Geil. Ich habe nicht mal mehr... Holz! Hast du noch Holz? Äh... Nee, aber ich bin noch oben. Ich kann noch Holz holen. Hol mal noch Holz. Ich mache... in der Zeit mache ich unten überall Wasser hin. Gut. Ich brauche bloß einen Eimer. Also... deswegen... Das hatte ich nämlich noch nicht. Äh... So... Brauchst du viel Holz? Äh... So, dass man ab und zu mal eine Spitzhacke machen kann. Wovon wir... Wo wurde ich jetzt angegriffen? Ich kriege Schaden. Ach, hier ist ein Skelett. Ach, hier ist ein Skelett. Also hier unten ist jetzt überall Wasser, ne? Mhm. Was für eine Höhe sind wir eigentlich? Auf L? Wir sind eigentlich perfekt auf der Höhe eigentlich. Ja, das ist... das ist gut. Das ist gut, 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 gut. So, dann kommen wir gleich flott runter. Dann kann ich das Wasser nämlich gleich mitnehmen hier. Ich sehe nämlich hier gerade keins Wasser, was hier... so hammerniedrig ist, oder so. Okay, ich bin unten. Bist du unten? Ja. Du hast ja... 6 Fleisch, oder so, oder 5, so, ne? 5 habe ich jetzt, ne? 5 habe ich jetzt, ne? Okay. Holz hast du ja mitgenommen, ne? Mhm. Äh... Wie viel hast du mitgenommen? Ah... 52. Ach, das müsste ja reichen, erst mal. Oh, hier ist ein Enderman. Mhm. Hast du noch Fackeln dabei? Yep. Auf der anderen Seite geht es weiter, ne? Mhm. So, erstmal nehmen wir das Eisen mit, weil wir brauchen ja irgendwann noch einen Amboss. Ich habe Diamanten. Geil. Oh, Creeper! Hinter dir, hinter dir, hinter dir! Alter, hier sind noch mehr Creeper. Da. Soll ich Dias schon mal abbauen? Ich baue die schnell ab, warte. Ich habe schon zwei abgebaut, deswegen. Okay, okay, okay. Dann... Aber Lapis haben wir noch nicht. Scheiße, ich dachte, wir könnten ja schon verz... What the fuck? Hier geht die ja weiter. Hier ist gleich noch ne... Noch ne Schlucht, Alter. Creepers, ey. Warte. Hier unten sind auch direkt wieder Dias, aber Achtung, da ist ein Creeper. Diamanten! Geil! Dort, da ist ein Creeper, ne Achtung. Ey, du hast doch nen Bogen, oder nicht? Wie viel Pfeil hast du? Ja, aber ich... Ich kann ihn... Ne, ich habe nur einen Pfeil. Okay, warte. Äh, warte, ich mache mir da noch mehr Obsidian... Warte. Ich mache... Warte, 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 ich mache es noch mehr Obsidian da. Wo ist er jetzt eigentlich? Ach, der ist da unter das. Ah. Nicht bei den Dias. Acht Stück? Nein. Keine acht Stück. Hast du den Creeper? Ja, ja. Ah, super. Okay, mach mal Frakeln hier hin. Hier hinter uns geht es noch weiter, ne? Ja, ja. Äh, ich brauche... Sticks. Oder Holz am besten. Ja. Warte, ich... Kriegst du sofort. Oh, den kann ich in der Stunde... Das reicht. Ich baue erstmal Sticks für eine Spitzhacke. Ich gehe, ich gehe mal kurz auf der anderen Seite rüber, weil die ist ja noch besser. Ja. Okay. Ich hoffe jetzt kommt nämlich nichts, weil ich baue gerade Obsidian ab. Die Eis... Machen wir uns gleich ein, äh... Oh, hier ist nochmal Gold. Wir bräuchten... Ähm... Dings. Was denn? Lapis Lazuli. Ja. Oh Gott, hier ist direkt... Labern drunter, Alter. Sag... Na gut, die Hülle, wo ich jetzt längst verlaufen bin, ist ja gar nicht so groß. Damit wir direkt unsere Sachen hier verzaubern können zumindest. Auch die Eisenrüstung. Ja. Ja, ja. Nein, nee. Ah. Schatzi. Also das Huawei P30 Pro ist geil. Echt, das feiere ich. Ist ungewohnt, weil du halt alles mit Gesten machst, so, ne? Äh... Wo ich Zuckerrohr, ich muss erstmal... Erstmal muss ich Papier machen. Dann muss ich... Ein Buch machen. Und dann mache ich einen... Zaubertisch. Und wir haben immer noch vier Diamanten, die... Wollen wir uns ein Dierschwert machen, oder was meinst du? Oder wollen wir die paar... Äh, Eisenschwerter verzaubern und dann zusammen... Machen. Äh... Möchtest du das eigentlich hier gehauen? Ja, dann muss... Lass uns... Lass uns Eisenschwerter machen. Weil... Eisen... Hast du noch... Ja, dann klappen wir gleich direkt so vor dir aus. Also... Ja, dann können wir auch... Hast du Kohle? Ja, ich hab Kohle. Können wir direkt noch diesen Eisenschwerter... Kannst hier mal, äh... Am Wasser kommen wir, ja. Nice, Alter. Eigentlich wollten wir nur essen. Hier ist Gold, da können wir uns draus Goldäpfel machen. Mhm. Falls es mal wieder brenzlig wird. Digga, da ist einfach... Siehst du das von oben? Siehst du das da oben? Da ist einfach ein... Skelett mit verzauerten Bogen. Ja, ja, ich seh's. Sieht relativ lustig aus. Dass der Bogen, äh... Dass da was Verzauertes ist. Alter, dieser Lavafluss ist ja auch sowas von groß. Alter, dieser Lavafluss ist ja auch sowas von groß. Ja, auch das auf jeden Fall. Und der... Guck mal, der streckt sich jetzt nur in drei weitere Richtungen aus, Alter. Mhm. Da geht der noch hin, da... Aber überall sind Skelette oben, ne? Ja. 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 Oder? Was? Ich war ein Zombie drinnen. Ja, ich auch. Schade, ich dachte, der Lava. Ich war auf einmal ein Zombie drinnen. Der läuft mir die ganze Zeit weg. Kein Schaden. Ja. Das Gute ist ja, dass wir die Dings haben, ne? Ja. Die Schilder. Das bringt doch schon was, ey. Achtung, hinter dir. Jetzt musst du... Pfeile sogar. Ich hab auch noch einen Pfeil, glaub ich. Wo geht das Ziel lang? Lirgendswo. Hier ist in unserer Gasse. Hier ist nur ne Sackgasse. Da vorne ist hier nur Eisen. Ah, dann gehen wir gleich da mal weiter, ne? Was macht unser Eisen? Okay. Ich hab natürlich jetzt auch schon die Dings abgebaut, ne? Ja. Hast du noch Eisen im Inventar? Ja, viel noch. Also gebratenes? Pass auf. Hey. Warte, hier ist auch noch ein Pfeil für dich. Hm, hier auch. Ah, das kann ich auch sammeln. Schade. Wär ja auch zu... Wär ja auch zu schön. Okay. Ich glaub, mir fehlt genau ein Eisen für'n armen Boss. Ja, ich... Ich hab nur... Ich hab nur Eisen. Okay. Zack, zack, zack. Wo sind die Eisenblöcke? Da oben. Zack. Nen Amboss. Dann haben wir jetzt schon Amboss und nen... Sauertisch. Dann brauchen wir jetzt nur noch... Lapis Lazuli. Obwohl, gib mir mal kurz, äh... Hast du... Ach, ich mach mir die kurz selber. Was denn? Da wollte ich mir auch noch mal, äh... Einmal machen für Wasser, damit ich auch durch die ganzen Laberflüsse durchquen kann. Ja, ich hatte jetzt kein Eisen mehr, deswegen. Ja, alles gut. Dann mach ich mir kurz selber. Aber ich hab ja nen Stack Eisen noch. Ja, ist noch ein bisschen was. Ja, das müsste auf jeden Fall reichen. Erstmal. Falls nicht der Amboss und Bank kaputt geht. Ja. Ich mein, das ist ja nicht das einzige Mal, dass wir Farben gehen, oder so. Ich wollte schon sagen, ey, ich hab aus dem Drei Eisen ne Schere hergestellt. Oh, das wär noch was. Ja, das auf jeden Fall, ey. Das wärs. Ich hab Lapis Lazuli. Nice. Super. Muss ich mich kurz eben hinbauen. So, ich brauch einmal Kapestown. So, zack. Zack, zack. 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 ZWÖLF. 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 Ja gut, und dann müssen wir trotzdem irgendwann nochmal Farben, äh, nicht Farben gehen, sondern... Doch, Essenfarm. Bald. Mhm. Am besten, wenn Tag ist. Jaja. Ja. Plus nicht so, nicht so viel unterwegs sein, wenn Nacht ist, ey. Oder, also... Hier ist auch wieder ne Sackgasse. Ja? Ja. Wo bist du denn grad? Hm? Wo bist du denn grad? Ich bin grad aus euch gelaufen. Ich bin hier in der Seite. Die andere Seite. Wo es nochmal an die große Seite geht. Ja, jetzt seh dich. Ich bin am hinter dem. Aber ich brauch eben nochmal Fackeln. Ich hab nichts mehr davon. Äh, scheiß Wasser. Äh. Komm, scheiß Wasser. Lass mich los. Bäh. Verdammt. Hier ist Lava. 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 Hier sind Fische. Lol. Hier ist einfach so ein Strom. Hier sind einfach diese Blöcke da. Die dich runterziehen und so. Echt jetzt? Mhm. Diese... Ne, nach oben. Ich weiß nicht. Das sind doch... Das sind die nach unten Zieher da. Diese... Ach, äh... Ich bin fast in Lava gefahren, weil es geleckt hat. Hehehehe. Ja. Schrecklich, ne? Ja. Das geht gar nicht. Ist denn hier unten überhaupt irgendwas? Warte mal. Ne. Aber hier ist was zu essen. Was... Was ist denn da? Ja, toter Fisch. Achso. Die werden ja hier nach unten gezogen, die Fische. Hier sind Fische. Lol. Aber ich... Warte. Aber ich sterbe gerade an... an... Luft. An Hanger? An Luft. Ich war gerade zu lange hier in der Luft. Versuche gerade die Fische so gerade ein bisschen zu killen hier. Hm. Oh, das ist mir auch nicht... Warum ist mir das nicht vorher schon eingefallen, dass wir auch Fische farmen könnten, ey? Und vor allem aus dem Tümmel kriegst du ja natürlich auch noch gute Eisen zu schmeißen. Ja, das ist halt dumm, dass wir das nicht gemacht haben, ey. Hab ich denn überhaupt noch Fäden? Nein. Hast du Fäden? Nein. Ah, einen noch. Einen? Scheiße, das reicht nicht. Für ne... Äh, ich brauch mal einen Ofen. Kannst du mal einen Ofen aufstellen, bitte? Äh... Ja, warte. Ich hab 14 Tropenfische, Alter. Sechs roher Kabeljau, Alter. Und ein Kugelfisch, aber den essen wir am besten nicht. Aber ich glaub, die einen können wir sowieso nicht reinmachen hier, glaub ich, ne? Ne. Dann komm mal her, bitte. Hier, sieben Tropenfische. Die können wir doch essen, ne? Ja. Wo werden die denn hier runtergesaugt? Hier vorne. Da siehst du? Da ist ein Fisch. Der wird jetzt hier runtergesaugt. Da. Achso. Oha. Mhm. Das ist ja cool. Aber die Tropenfische, die bringen leider nicht so viel. Das ist das. Ja. Ich... Au, 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 au. Komm nach oben. Achso, das war... Ich dachte, ich würde grad an Luft sterben, aber... Das war gar nicht die Luft. Das waren die... Das ist natürlich... Das ist natürlich... Scheiße, dass wir nicht... genug Fäden mehr haben. Ich hab nämlich zufällig auch keinen mehr, Mann. Ich hab nur Knochen. Wir bräuchten irgendwie noch Fäden, oder so. Ich nehm drei Kabeljau, ne? Mhm. Oh, mein Nacken, Alter. Ein Abo auf Nacken. Oh, kein Wunder. Kein Wunder, dass mein Nacken so weh tut, ey. Wenn alle auf Ehre auf Nacken abonnieren, Alter. Ich hab hier einen Gang... Ich hab hier einen Weg gebaut. Oh, Entschuldigung. Alles gut. Darf ich dich einfach so ignorieren? Das tut mir einfach leid. Ja, das ist gut. Also, eigentlich wär's geil, wenn wir jetzt noch nen... nochmal nen Dings finden. Dann müssen wir nochmal wieder zurück, weil da unsere Ölfen mit Gold stehen. Ja. Ach ja, hier war ja sowieso nur Sackgasse, ne? Jo, jo, jo. Aua, hier ist irgendwo ein Skelett. Ach, da oben wieder. Ah, hier ist noch mehr Gold. Ja, komm. Pstststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststst Ach, da hinten warst du. Aber hier oben ist noch eine Höhle. Ich hab nur zwei... Da oben ist noch eine Höhle, da geh ich nochmal rein. Ja. Ich nehm schon mal Dings mit, ne? Die Öfen, kurz. Ja. Oh, ich werd groß. Ja? Ja, das bringt auch viel, ne? Eine Höhle und da geht's zack, da gleich wieder Dreck noch. Ich guck mal, wo... ...wo wir herkamen nochmal. Ob hier noch irgendwas rumschwirrt. Weil da ging's ja auch noch weiter. Ja. Bloß dann war ich ja abgehauen von den Creepern. Hier ist noch Gold. Ging das hier nicht noch weiter? Ich hab mal später gar nicht weggeponnen. Ja? Hm. Ich hätte gedacht, das würde hier... Ach, guck mal, hier ist noch Eisen. Fünf Stück. Ne, sechs Stück. Ne, sieben Stück. Sorry. Ja. Okay, warte mal. So, meine Fackel mal kurz setzen hier. So, zack, 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 zack. Noch mehr Eisen gefunden hier. Ah, ich hab auch nochmal Gold gefunden. Aber hier ist ein Creeper. Aber der hat mir gar nichts abgezogen. Hier geht's noch mehr von, ne? Ja, ich hab auch noch mehr Eisen, mehr Gold gefunden. Und dann müssen wir auch gleich... Hier brauchen wir mehr Gold. Na, an die Oberfläche mal ein bisschen. Wenn wir es schaffen, vielleicht mal ein bisschen angeln oder so. Oh, sieben Gold hau ich hier raus. Sieben? Ja. Ich hab grad eine, ah da mit... Neun oder so. Also Gold können wir auch so gebrauchen für Goldäpfel und so. Also ich hab auch nochmal elf Gold gesammelt. Und ich hab auch fast nochmal ein Stack, ähm... Dings. Wie heißt das? Ja, genau. Mein Spitzverkehr ist jetzt in dem Moment kaputt gegangen. In dem Moment, als du die abgebaut hast. Das wär's noch. Egal, ich kann mir aber noch schnell neue craften. Hab ja noch genug Holz und Eisen. Ne, boah einmal ab und dann zack. Ja. Broken. Das wär's jetzt noch, wenn jetzt hinter mir ein Creeper kommt oder so. Oh, ich hab Federfall auf meinen Schuhen. Ne, ich nehm Schutz. Ich hab jetzt auch nur drei Lappes-Lassschuhe, aber ich bin jetzt erstmal voll verzaubert kurz. Ja. Ich hab noch eine Spinne gefunden. So, ich hab jetzt insgesamt ran 20 Gold. Das entspricht fast drei Goldäpfel. Ja. Okay, ich hab noch eine Angel. Ich seh dich auch, ja. Hier. Wo bist du denn? Äh, ich bin... Ha. Nicht so weit entfernt von dir. Also, ein bisschen üben. Über hier. Ja, jetzt. Ich seh dich. Ach, da. Oben. Komm, auch komplett enchanted. Jetzt geht hier aber die Hölle ab, Alter. Lass uns mal... Lass uns mal nach oben. Mhm, ich komm. Ich glaub, hier ging das nach oben, glaub ich, ne? Mal gucken, was ist. Ich weiß es nicht, ich hab das für die Übersicht verloren. Es ist Tag, tatsächlich. Aber ich hab nicht so viel, äh... Äh, wo stehen unsere beiden, äh... Beiden Öfen, weil da ist ja noch Gold dran. Die hab ich mitgenommen schon. Hast du die mitgenommen? Ja. Also. Ich will mir kurz nur ein bisschen Stein holen, damit ich mich nach oben bauen kann. Ja, meine lieben Freunde, da sind wir auch gleich schon bei der... beim Ende der Folge angekommen, weil wir sind jetzt schon bei... 32 Minuten. Das war ja mal eine kleine XXL-Folge hier. Das ging so schnell vorbei. Ja, wir haben ein paar Dias gefunden heute. Also... Dann hab ich mir eine Angel gemacht. Das heißt, wir können gleich noch ein bisschen angeln gehen. Ein bisschen angeln, ein bisschen... Hoffentlich gute Schätze fangen. Mhm. Hoffentlich, ey. Ich geh nochmal hier. Hier ist ein Enderman. Aua! Ich komm gar nicht bis nach ganz nach oben, Alter. So viel... Glück hab ich gar nicht. So, ich hab noch ein bisschen Deoid. Dann hab ich noch ein bisschen... Kies. Dann hab ich noch Erde. Also ich bin doch oben. Hier ist nix. Also ich bin jetzt oben. Ja, ich auch gleich. Ja, okay, meine lieben Freunde. Ähm, ja. Okay. Ähm. Genau. Der Exist46, der kommt dann gleich noch nach oben. Und dann sehen wir uns... Ich bin auf dem Weg. Haltet euch. Und jetzt falle ich runter und sterbe. Ja, ich auch wahrscheinlich. Ich... Ich komm jetzt. Ey. Du siehst mich hier gleich runter, ne? Alter. Alter, das wär was, wenn du dich jetzt auf einmal verkleckt hast, ne? Ja, das wär's gewesen. Ja, okay, meine lieben Freunde. Dann komm mal her. Ja. Ja. Genau. Ähm. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir sind wieder ein Stück weiter. Haben jetzt auch einen Verzauberungstisch. Und einen Boom. Und eine Angel. Und es geht langsam voran. Verschieß nicht all deine Pfeile. Die brauchen wir noch. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne Verbesserungswünsche da. Und auch ein Like. Und ein Abo, wenn ihr noch nicht habt. Und dann sehen wir uns... ...in einer nächsten Folge. Außer haut rein. Tschüss. Haut rein. Tschüss. Tschüss.